Hey, ich hab hier was für dich, Murph. Ich hab diesen Jungen getroffen. Ich dachte zuerst, er wäre ein obdachloser Junkie. Aber jetzt kommt's. Er sagt, er wäre dieser Junge, Davis Schulz, der seit zwölf Jahren vermisst wird. Das ist doch lächerlich, oder? Vielleicht kannst du einer deiner alten Chemie-Tricks nutzen, um das für uns rauszufinden, hm? Ja, ja, da bist du bei mir genau richtig. Ich nutze einfach diese umgekehrte Alterungs-App, um den Burschen jünger werden zu lassen. Davis Schulz heißt er? Ja. Oh, da hab ich ihn. Nun, wenn wir hier einfach runterscrollen... Ist das der vermisste Junge? Das... ja, das ist er. Wow. Bring den weg. Alter, die Technik ist erstaunlich. Und das funktioniert bei jedem? Ja, Sir. Hochmodern. Oh Mann, das ist cool. Such mal unseren Chef. Alles klar. Das ist unglaublich. Jetzt du. Guck dir die Haare an. Ich weiß, ich weiß. Okay, jetzt du. Jetzt such ich dich mal. Nein, nein, nein. Tut das nicht. Ach komm, ist doch nur fair. Nein, nein. Nein, im Ernst, tu's nicht. Nein, nein, nein. Gute Entscheidung.